Und damit herzlich willkommen zurück zu The Invincible. In der letzten Episode haben wir es ja bis zu diesem Lager geschafft, haben einen Krumi-Klick gefunden und den Roboter, der Gehprobleme hat. Okay, wir können da lang gehen, wir können da lang gehen. Ich würde sagen, wir gehen mal da lang. Ist das eine Kamera? Ne, das ist einfach nur Licht. Was zum... Was? Wenn ich den Rest der Besatzung... Wo bin ich? Landing Place, Excavation Site. Ähm... Ich geh mal da lang. Nachdem wir ja keine genau... Direktive haben, wo wir hingehen sollen. Wo geht's da runter? Da geht's wieder... ...zurück. Ich glaube, ich geh da lang. Ich finde die Bereich von Dr. Krauter. Keine Ahnung. Was denkst du? Können wir die Hopper-Safriere hier? Ich denke so. Solid ground. Ein großartiger Bereich. Wir werden nicht einen besseren Ort finden. Entwurfpunkt? Will es 50 Meter sein? Ja. Es ist relativ clean. Du kannst Hopper-Safriere schicken. Also landet er jetzt? Sehen wir das? Okay. Ähm... Was ist da unten? Excavation Site. Gehen wir mal da runter. Ja, also irgendwie... Null Anzeichen von irgendwelchen Leben. Und hier ist so ein komischer... Hier ist so ein komischer Label. Ach, stimmt ja. Tracker. Nee. Ich glaube, ich hab's gefunden. Oh, da hinten ist irgendwas. Ähm, das sieht auf jeden Fall nicht natürlich aus. Mehr sagen wir nicht dazu? Oh, da unten ist Ausrüstung. Okay. So, der Checker geht... ...hier in die Richtung. Das muss hier ganz in der Nähe... Ah, da. Ja, wieder so ein Notizbuch. Es ist ein Journal. Ah, ja. Wir müssen uns auf beides konzentrieren. Untersuchungen der Wasserchemie und geologische Bohrungen. Linienablage? He ist ein Maritzenbe深. Oh, sie muss irgendwo nahe sein. Bitte search das ganze Gebiet total. Niemablagen durchsetzt mit einer schwarzroten Substanz, weder geologischen noch planetarischen Ursprungs. Millionen von Jahren alt, mindestens. Okay. Und ein Brief. Postmanetarische Allianz Hauptsitz der Interplanetarischen Commonwealth Raumverabteilung und Sonnensystem Sehr geehrter Dr. Merritt, als Resultat der letzten Interplanetarischen Konferenz möchten wir Sie für die ausstehende Explosion Obelisk 03 zum Astrogator ernennen Ihre Fähigkeiten und Leistungen in früheren Missionen haben gezeigt, dass Sie für die nächste Phase der Erkundung des Melders bereit sind Wir würden uns über einen Antwort freuen, sobald Sie von Ihrer aktuellen Mission zurückgekehrt sind Uh, die Förderung Okay Da ist noch was Wo war der Bereich? Ähm... Wo komme ich da hin? Ähm... Können wir mal schauen, da hinten irgendwo mal da raufkommen Ah, hier mal bitte nicht runter Habe ich sogar den Helm hier beschlägt Ähm... Ich würde sagen, hier ganz rauf Komm, du schaffst das Bisschen sprinten Aber ich mag das, dass man nicht so ganz klare Missionsmarker hat, sondern selber schauen muss, wo man lang geht Rucksack Das sieht nicht so gut aus Irgendwas machen? Nee Oh Oh Sie ist hier. Ich habe sie gefunden. Was ist sie? Marit! Marit! Wake up! Wake up! Do you hear me? Dr. Marit? No. No vital functions. What's going on? One. Two. Three. Come on. One. Two. Nothing. Don't do anything. Don't. Please. Lift up. Breathe. Marit. Thank you. Dr. Gassler. No. That's enough. Enough. Marit. Astrogator? She's... She's... I know. Dr. Jasner. We have to find the others. Please give me a minute. Of course. Everything will be fine. All fine. All fine. Warum ist sie tot? Warum war der Helm offen? Warum hat sie den Rucksack verloren? Yes. I think so. You should be close. Was auch immer ihr passiert ist, kann das auch uns passieren. Und die Alien Struktur ist da hinten. Excavation Site. Hmm. Do you think? Hmm. Let's not assume the worst. You'll find it, Doctor. Alive. I'm sure about that. Die Frage ist... Wie geht's nicht weiter? Wie kommen wir da unten rein? Weil da war ja auch irgendwas. Wie komme ich jetzt hier da runter? Someone's here. Oh. Da oben? Nee, das sieht nicht so aus, als könnte man da hin. Aber irgendwas da weiter hinten. Ich hätte ja unglaublich gerne Waffe. Da würde ich mich immer viel sicherer fühlen. Oh. Oh. Oh no. Jasnah. Status. Jasnah. Jasnah. He's. Koval. Don't do this to me. He's also. Ah. Alive. You're alive. Did you hear that sir? Koval's alive. I didn't doubt it for a second doctor. What's his current state? Checking. Parameters normal. Yet he's completely unresponsive. Was ist den Leuten passiert, dass die nicht auf uns reagieren? Koval. Koval. Und was? Jasnah. I'm listening. Please look around for his journal. Ich glaube, wir haben es gewunden. It's everywhere. In pieces. Not good. Koval was in radio contact with Dr. Gorski. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. I'll go over them. But it may take a while. Ja, und wir können doch... Wir können doch nicht einfach so da lassen. Have you found it? There's life on this planet after all. Jasnah, we'll be so happy. Nothing about Dr. Gorski. Ja, anscheinend kein gutes Leben. Irgendwas, was uns angreift oder verrückt macht. Checkliste. Die Strukturen verzweigen sich im Untergrund. Überprüft den rechten Ausläufer. Risige vertikale Struktur. Sie ragt über die Oberfläche. Wassertank unterirdische Strukturen. Die bislang größte 150 Meter im Berg markiert. Und Punkt 4 aus sichtbar. Asimutra 50, Entfernung 200. Er schreibt Donskowskis every step. Great. Let's go to the evacuation area. Can you carry him, Doktor? Okay. Dann nehmen wir ihn mal mit. Oh, Taxi. Und Punkt 4 aus. Was er ... The land is already descending. Damn. I have a bad feeling. It won't break into pieces, right? The descent is proceeding smoothly. Ob jetzt der Angriff kommt. Es läuft doch alles viel zu gut. Was? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, aber es ist ein bisschen komisch aussieht, ne? Es ist verrückt, wie hier alles ausfällt. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir mit einer Anomalyse. Ein atmosphärisches, magnetisches Phänomenon. Ja, das lässt die Leute so verrückt werden. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ein Fehler gemacht. Ich mach mal schnell ein Foto von dem. Ne, das Ding anschauen. Dankeschön. Gute gemacht. Yes. Moin, Robby. Geht's dir wieder gut? Kannst du wieder laufen? Wahnsinn. Er hat's wirklich geschafft, ihn rauszubringen. Und auch. Ja, ihm geht's. Hm. Er hat's wirklich geschafft. Ich weiß nicht, wie lange ich ihn schaue. Ich weiß nicht, wie lange ich ihn schaue. Es wird dauert lange, bevor ich zurückkehren. Wir wissen auch, wie Gorsky ist. Ich weiß, dass die Zeit weg. Ich weiß, dass ich zurückgezogen. Aber ich muss zurückkommen. Wir müssen wissen, was hat sie geklert hat. Wie sie sterben, um alle. Ich habe das nicht erwartet. Willst du sie zu der Lander? Ja. Ich muss es verstehen. Hmm. Aber das macht keinen Blödsinn. Ich finde es ein bisschen irritierend, dass dein Auge oder was auch immer das ist, rot leuchtet. Und rot ist meistens keine gute Farbe. Okay. Einmal die Leiche abholen. Immer nach hinten. Gut, dieses Mal weiß ich wenigstens, wie ich laufen muss. Ja, mal schauen, ob es ein bisschen schneller geht, wenn ich hier sprinte. Ich war schon hier hoch, ne? Und hier rein. Ich hoffe mal, die beiden drehen nicht durch, wenn sie eine Leiche sehen. Bei deren Zustand. Okay. Sprinten ist nicht. Aber ich muss wissen, ob du bereit bist, um deine Mission zu fortsetzen. Bereit? Ich glaube, wir haben keine Wahl im Thema. Es gibt nur eine Wege nach vorne. Mal schauen, gehen wir dann hier unten irgendwo weiterhin, noch da hinten. Oder suchen wir noch das letzte Mitglied? Ich habe mit Dr. Marit für über zwei Jahre. Ich habe mit Dr. Marit Ich bin der Sturna Stuf. Der Sturna Stuf. Der Sturna Stuf. Wir haben viele von uns auf sie verraten. Ich habe sie. Ich habe sie. Du wißt, dass die Headquarters hat sie eine Promotion gegeben hat? Sie wäre die erste Frau in der historie der Commonwealth. Ich habe keine Ahnung. Es ist nicht mehr wichtig. Es ist nicht mehr wichtig. Es ist nicht mehr wichtig. Marit wird sie posthumlos. So, der willige Mütter noch. Müsste eigentlich das Ding nicht glühend heiß sein. Deswegen sind auch die Effekte hier. Moin Robby. Mach keinen Scheiß, ich sag's dir. Ja, das wäre wirklich gut zu wissen. Folge Dr. Gorski Spur. Ähm. Irgendwo in die Richtung. Rato? Rato? Ich weiß, dass wir das da hinten nochmal, aber haben sie im Hinterkopf, dass es da noch irgendwas Unterirdisches gibt. Ah, hinten ist eine Füllflagge. Da geht's auch nochmal irgendwo hin. Was für ein Irrgarten. Kommen wir. Wofür kommt er wieder retour? Diesen... Ah, ich habe Gorskis Signal. So schnell? Es ist nicht möglich, dass er sein wird. Dann wer? Nicht wer, aber was? Das ist wunderschön. Dr. Gorski hat mich nie mit ihm befreitert. Mit was? Ah, du sprachst. Ich habe die Probe. Es liegt auf der Grunde. Inaktiv. Die ist... Und die dreht nicht durch. Warte mal. Ich mach da nochmal kurz ein Foto dafür. Ich weiß, ich bin furchtbar. So, verbinden. Okay. Nix in Tubes. Nein, nein, warte. Warte mal für meine instruktionen. Da ist ein Button auf der leften Seite der Füße. Halt es und dann drehe die Dile wieder. Okay. Das sind Fotos. Okay. Fische. Ah, und den Fisch haben wir gefunden. Das ist die eine Struktur da hinten, vermute ich mal. Okay, die Ausgrabung an sich. Einfach, okay, jetzt hier oben. Ausführungszeit. Okay. Dann erstmal... Ganz viel, gar nichts. Geräusch? Okay, schauen wir mal, was vorher war. Und earlier, quite normal. Auch nochmal. Auch nochmal. Ich glaube, ich gehe jetzt auch wieder runter. Was genau soll ich jetzt hier noch tun? Da kann ich nichts mehr machen. Hier auch nicht. Ne, aber Moment. Ne. Allein schon die Idee, die Fotos da auf so einen Teil zu machen. Halbtransplant. Ich glaube, ich glaube, es ist ein Teil zu machen. Ich glaube, es ist ein Teil zu machen. Aber es ist... Aber es ist nichts, außer Dunes. Sand, ein paar Röcke, ein Schadern. Ein Schadern. Ein Schadern? Ein Schadern. Ein Schadern, ich glaube. All right, Doctor. Let's move on. Du kannst auf die Füse auf jetzt. Wir nehmen die Probe mit uns. Hallo, Truni. Die Truni, die fliegt. Ich glaube... Das ist genau das, was ich mache. Du hast ein kreisem Eindruck. Ich setze es in Auto-Mode. Und von jetzt auf, wird es dir folgen, Doctor. Oh, es wäre schön, dass du eine Firma hast. Ich meine, außerhalb von dir, Sir. Einen Sekunden. Also, wir haben... Wir haben einen Schatten. Wir haben... Du willst, dir eine neue ID geben? Nähme es, basically. Nachher, es wird dir mit dir für ein paar Tage. Ja, das ist bei seinem Fall. Äh... Biene... Ball E. Oh ja, Ball E. B-A-L-L-Dash-E. Done. Na, a few more tweaks. Und you'll have a flying measurement center at your disposal. Nee, Dr. Groski. Achso. Kann ich jetzt hier irgendwie runter? Oh, das ist jetzt hier in der Sack... Ah, da. Na, Droni. Okay. Ah, er hat Detektor. Ei. Geges. Okay, also mal da lang gehen. Oh, wenigstens Licht. Bruni, hast du Waffen zum Verteidigen? Achso, ja, um nochmal zurückzukommen. Wir haben... Oh, da. Verzweigung. Okay. Okay. Und der hat doch irgendwas gesagt. Er hat doch dann gesagt, ähm... Rechts weitergehen, ne? Was tanken unterirdische Strukturen. Hm. Ja, ich geh mal noch da oben lang. Das geht hier rein. Also, eben. Schatten und hohe EM-Werte ist... Das ist hier irgendwas ein mega fettes... EMP-Fell aus, was dann die Technik kaputt macht. Das wird das erklären. Aber nicht, warum dann unsere Leute da verrückt worden sind. Beziehungsweise einer tot ist. Ich meine, vermutlich nicht das gesündeste, in einem starken EMP-Fell zu sein. Aber solche Auswirkungen... Ob hier irgendwie Roboter oder so am Werk sind. Ja, noch mehr von dem Zeugs. Holy shit. Das ist ziemlich massiv. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Um... Was für einen Zweck hat das? Warum sieht das so komisch aus? Ohne diese Strukturen lösen irgendwie so ein EMP-Feld aus. Keine Ahnung. Das passiert dann... I guess periodisch. Und je näher man an den Dingern dran ist, umso härter wird's. Das ist meine Vermutung. Ich hoffe, ich laufe hier richtig. Das... Sieht mal nicht so falsch aus. Nicht so laut singen, sonst kriege ich noch einen Conte-Ladie-Strike. Was? Teich. Uh, das ist richtig. Ich laufe richtig. Stimmt. Wir sollten vielleicht mal den Detektor ausprobieren. Achso, das ist Drohne, was wir hier sehen. Ohne das da. Struktur ist da unten. Was? Fußabdrücke. Wir sind auf dem richtigen Weg. Möchte ich wissen, warum das da so... Okay. Dann schauen wir mal nach da oben. Da ist doch so eine Flagge. Ähm... Und wir haben Lava gefunden. Die hier einfach mal ins Wasser reingeht. Das Wasser müsste eigentlich dann rechts warm sein. Äh, wo muss ich lang? I guess... Wir gehen in die Richtung. Da haben wir Ball E. Willst du nicht mal nach... ...nach da oben fliegen und... ...mir sagen, was da oben ist? Oder der Ice-To-Grader sagt mir, was da oben ist? Kurz mal gucken. Es geht da weiter. Aber ich kann hier rauf. Aber ich gehe hier mal rauf. Natürlich auch geil, wenn wir uns bei der Drohne irgendwie einhängen könnten. Und dann lassen wir uns hier nach oben ziehen. Aber das wäre ja zu einfach. Äh... Hier hoch. Okay. Sportlich. Hä? Äh... Was? Was? Ja, lasst doch den Lander erstmal oben. War nicht, dass hier irgendwie... Ach du heilig, ist das hier riesig. Wisst ihr, was mich das erinnert? An König der Löwen hat den einen Felsen da. Hm. No references. Äh, ein Stückchen noch da oben. Büsche. Wir? Wann? Was? Ah, Punkt 5. 200? Also da hinten? Äh, ich sehe mal gar nichts. Oh. Moment, ich hab's jetzt... Hier. Hier ist... Ich kann hier nicht... Es ist weder schärfer... Es ist... Oh, das ist mehr von dem. Ah, schwarze Büschel. Und... Nee. Nee. Oh, das ist besser. Ah, es wird schwerer als vorher. Ich weiß nicht, wie der Doktor... Aber wenn es um eine sicherheit ist, wird es nicht ein Problem sein. Aber du musst da hinweg sein, auf zwei Meter. Ich denke, ein Probe wird die erste Aufgabe. Ist es noch nicht? Natürlich. Ich habe die Analyse des Umwelt. Die Probe wird die beste Route zwischen deinem Ort und deinem Besten. Es wird dich über den definierten Weg steuern. Die Kalkulationen werden nur einen Moment nehmen. Ja, der ist ja. Hi, Truni. Nice. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Ja, also in Kalkulationen mit Menschen natürlich. Hilfe euch gerade jetzt hier so für die Wegfindung. Aber im Allgemeinen. Jetzt den Menschen zumindest noch nicht ersetzen. Rooney? Ähm... Oh, wir haben ein Problem. Was wirklich ernsthaft? Ich habe bereits erwähnt, die Fault in Maschinen, nicht wahr? Well, die Route determined von den Algorithmen geht über ein Chasm. Ich kann wiederholen. Nein, nein. Ich werde es um. Unfortunately, das ist ein Modell auszuladen. Such Fehler sind nicht möglich. Aber das Modell der Verhältnis hat sich bereits sehr verbessert. Die Gespräche sind schon echt gut. Well, alles indiziert, dass die klare Distinktion zwischen Menschen und Roboter, die bald wieder erscheinen wird. Und dann was? Hm. Die Maschinen werden ihre Rechte bekommen. Oder werden Anfang Roboterzeit schaffen. Ja, ich denke. Wenn wir uns anzuladen, dass sie uns überraschen werden, dann wird Dinge kompliziert werden. Weil in order to program a brain with computing power equal to that of a human, wer braucht a brain with computing power higher than that of a human? Ergo... Ich kann nicht ein Maschinen smarter als ein Mensch. Dann, wer würde es noch machen? Selbstlernen Algorithmen? Einige Spontaneinende Prozess? Oder pure Chaos? Einiges inhumane. Das ist sicher. Sch. Astrogator. Kannst du das hören? Was? Erg. Was soll ich das hören? Das ist der Punkt. Okay, wir haben die Büsche hier gefunden und da geht irgendwas weg. Ist das gefährlich? Äh, Dichte? Äh, Dichte? Bedeutung? Zeitungssystem, Energiegebührung, koloniales System. Äh, ich gehe mal damit. Wir sind auf dem Thema biologische Analogien. Diese Böcke mich an den Korallen. In einer purely visualen Kategorie. Weil sie weit aus dem Marien Organisieren. Also würde ich sagen, dass diese kolonialen Strukturen sind. Vielleicht Rockformen. Aber ihre Hauptstrukturen hat nichts mit Korallen. Was ist, wenn ich sie doch berühre? Ich gehe das mal aus. Okay, ich kann sie da gar nicht berühren. Ich bin nicht mehr... Es passiert aber irgendwie gar nichts. Hm. Oder bei dem bisschen. Nee, ich komme da gar nicht ran. Okay. Wo ist denn die Drohne? Polly? Polly ist da hinten. Polly, kommst du? Halt nicht. Ich will wissen, was da unten ist. Da war ich jetzt nämlich auch wieder so komisch. Und... Ja, nicht wirklich. Überall sind diese Spuren. Ach man, jetzt hat's schon wieder passiert. Ah, liebe Leute. Bin gleich wieder da. So. Und schon bin ich wieder zurück. Also wir werden so oder so durch... ...das hier... ...durchgegangen. Wie ist das jetzt der Flashback? Wie wir unterkommen? All radios 12,000. Throttle down. 30 Sekunden. Still touchdown. Everything's looking good. Remember? Roger that. All systems work. Unten. Abtature 5000. Innovation 10%. Rekorddaten, dropout. And otherwise still looking good. Entering final. Das klang jetzt ein bisschen grob. Naja, wir wissen ja, dass irgendwas schiefgegangen ist. Dann komme ich hier raus. Achso. Jo, die Oberfläche würde ich jetzt hier... Warum sieht es... Ich glaube, ich habe gerade einen Bug gefunden. Diese Anzeige da. Wird größer, wenn ich mich hier entferne. Okay. Käfer. Ich habe den zweiten Lander gefunden. Unsere Menschen sind noch auf diesem Planeten. Ah, sehr gut. Ich bin froh, dass sie versuchen, zu fliehen. Das wäre nicht die beste Idee, wenn es die Verlust der Kommunikation mit Dragonfly. Herr, etwas ist falsch. Was ist das? Der Hatch ist halbiert. Sie haben die Verkaufung der Hydraulik-Failure? Wie soll ich wissen? Du warst die letzte Person in Kontakt mit dem Crew-Doktor. Genau. Okay. Aber... Ich bin in der Seite. Ich bin in der Seite. Und? Wie ist es? Selbst wenn ich es... Ähm... Ja. Ich bin in der Seite. Ja, vermutlich... Wir sollten nicht hier sein. Wir schaffen... Ja, vermutlich das. Entschuldigung, irgendwie. Es ist nur ein Planeten zu viel für uns. Das hat nicht verändert, dass wir hier sind. Wir fokussieren auf diese Mission. Es wird nicht noch eine. Ähm... Ah, es ist so fech. Wir haben das Recht, die zurückgekehrt. Wir haben das Recht, dass wir nach Hause kommen. Ich bin Angst, dass ich mich nicht familiar mit dem Verfahren bin. Aber es gibt eine Sache, die ich kann ja sagen, wenn wir in einer schwierigen Situation finden. Wenn die Continuation des Missionen gefährdet die Leben der Crew-Doktor, die Prohersion des Imprimcimus-Homini-Lawen, verfolgen. Das erste und vor allem, das Sicherheit der Bevölkerung ist das wichtig. Okay, die Bräude. Wir sind eh wieder... Ach, du Heilige. Das ist das Meer. Wow, sieht das krass aus. Das ist ja irre. Holy shit. Das ist wirklich wunderschön. Wow. Warte mal, der Spiel hat auch einen Foto-Modus, oder nicht? Ja, Foto-Modus. Okay, cool. Davon hätte ich gerne ein Foto. Foto machen. Leertaste. Alter, wie geil das aussieht. Okay. Eins mit uns drauf. Nee, sieht komisch aus. Okay, liebe Leute. Ich würde sagen, wir belassen es erstmal bei der richtig schönen Aussicht mit dieser Episode. Machen wir den nächsten weiter. Bis jetzt ist es ja noch recht ruhig im Spiel. Wahrscheinlich haben wir jetzt erfahren, warum wir da unseren Blackout hatten, wo wir ja ganz am Anfang gestartet sind. Ähm, aber ich bin mir auch noch unsicher, was das hier auslöst. Aber vermute mal, wird hier periodisch ein EMP irgendwie ausgelöst, was hier alle ganzen Sachen kaputt macht. Das würde auch erklären, warum das Ding da hinten im Arsch ist. Aber nicht, dass dann einer von uns auch gestorben ist. Hm. Komisch, komisch, komisch. Bis dahin. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.